Wären Sie an einem Exklusivvertrag mit der Ufa interessiert? Si, si, Ufa, si. Na dann, din, na ni, Papa. Julian, ich möchte Sie heute Abend zu einem Essen mit wichtigen Leuten entladen, die Ihnen noch nützlich sein könnten. Danach, wenn Sie zu mir nach Hause kommen, dann könnte ich Ihnen noch ein paar Privatstunden Deutsch geben. Ups, mein Kleine Kriegselt. Ich kann es nicht mehr. Entschuldigung, kann ich mich verletzen? Ich werde ein Moment, aber jetzt bin ich.